es gab gar kein geschenk zum nikolaus was war das ach du meine güte es ist der nikolaus gut erkannt mein lieber ich bin der saint louis der moment hast du gerade gesagt ich bin der ich etwa aus wie der nikolaus naja es ist der 6 dezember da kommt doch der nikolaus den alten spießer den kannst du vergessen heute bin ich am zug st louis aha und was macht st louis so naja um ehrlich zu sein ist das mein erstes haus und ich hätte nicht gedacht dass ich soweit komme ja gut dann würde ich noch einen schönen abend ich hab dir auch was gebracht keine sorge ein schönes altes retro spiel den kannst du zu seinem stapel der schande legen nur den müsstest du bald mal abarbeiten so ungefähr wieder in fallen fantasy 7 projekt und das spiel hat mehr humor als in den videos und ich gebe dir noch einen guten rat der liegt im spiel drin ich habe es aufgeschrieben dass du nicht vergisst aber wofür brauche ich einen guten rat ich habe dein regal ausgeräumt sand louis ganze scheiße wieder einräumen